Hallo, ich bin Dana Welty beim zweiten Lehrjahr als Kauffrau. Ich gebe euch einen Einblick in meine Tätigkeiten bei der EW Hof. Das Coole an der EW Hof sind die drei Abteilungen. So bekommt man Ende Lehrjahr einen Einblick in die verschiedenen Bereiche als KV. Zum einen den Kundenservice. Dort müssen Sie hauptsächlich das Telefon entgegennehmen und intern weiterleiten. Zum anderen aber auch die Infobox. Dort bekommen wir die Kunden vor Ort. Wir machen Beratungen zum Thema Höfner Internet oder Höfner Mobile. Die zweite Abteilung ist die Buchhaltung. Dort müssen wir die Rechnungen einscannen und intern weiterleiten, so dass wir sie zeitgerecht zahlen können. Ebenso eine wichtige Aufgabe ist die Kasse. Dort müssen wir die Einnahmen und Ausgaben abgleichen. Die dritte und letzte Abteilung ist die Elektroinstallation. Dort geht es darum, Termine zu vereinbaren mit den Kunden. Anschliessend erstellen wir den Rapport und hängen ihn für die Installateure an die Wand. Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen sind, erstellen wir die Rechnung und schicken sie den Kunden zu. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Berufsalltag als Kauffrau bekommen. Falls ich dich neugierig gemacht habe, bewirke dich doch nur jetzt auf die Lehrstelle. Wir freuen uns und bis bald!